und ein weiteres video zur reihe wobbly jobs und alle unlocks kennt ihr den mad scientist hat ich zeige euch wie und wo ihr ihn bekommt und um zum geheimen labor zu kommen müsst ihr zur flugwaffenbasis hier im norden bergen genau und müssen dann hier nach hinten gehen und dort wo es die aufgänge hat genau wir gehen jetzt mehr hoch und wenn alle da sind insgesamt haben wir vier minuten zeit hier sehen wir an der tafel welche zutaten wir brauchen für welches fass hier müssen wir uns dann mit den zutaten absprechen hier kann jetzt jeder eine zutat machen so sind wir auch gerade aufgeteilt gell das heißt als erstes brauchen wir hier als erste zutat ein lila glibber oder was das ist ne dann einen gelben edelstein und als letztes eine tomate tomato genau dann müssen wir warten bis das fass voll gefüllt ist jetzt ist es durch jetzt können wir auch die zutaten umstellen sollten nicht die zutaten ändern bevor die fässer dementsprechend immer gefüllt sind sonst passt es natürlich nicht wenn es hier ankommt ja wir sehen das erste fass kommt das nimmt auch basti gleich schon und bringt sie hinten zur schleuse hinter mir genau da muss das rein bub und weg ist es und wir sind ja schon beim zweiten durchlauf wir haben schon gedrückt dass das zweite fass schon geholt wird wir haben hier auch schon die zutaten angepasst sehr gut und weiter geht's ja und wir sehen hier zum beispiel bohne warum ich kann es gerade so lassen noch geben bei edelsteinen gebraucht und was ja das zweite fass sehr gut rein damit und weg jetzt für uns noch drei fässer jetzt muss ich umstellen auf edelsteinen grün smaragd ja und korn brauchen und rote fläschle und hier ein diamant wird benötigt genau und erbsen und eine orange flüssigkeit sieht doch gut aus so wird das fass wird auch schon in die schleuse übergeben und welch ist ne entlast worden ist das hier auch recht angenehm wenn ihr ein team seid müsst euch natürlich dann trotzdem absprechen gerade mit dem dass sie nicht zu früh die zutaten ändert müssen wir darauf achten sehr schön sie noch gut in der zeit 55 sekunden haben wir noch das haben wir noch gleich geschafft leute ja ausgezeichnet und weg ist es und es gibt ja noch ein kleines verstecktes rezept das zeige ich euch in einem separaten video und ihr seht wir haben den mad scientist hat damit bekommen sehr cool sieht sehr verrückt aus very crazy ja leute und für weitere an logs gleich hier zum nächsten video macht